Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und ich habe das Problem gelöst, ich habe schon mal versucht dieses Format, sage ich dazu, aufzunehmen, aber es gab ein paar Schwierigkeiten, dass mein Ton nicht aufgenommen, ich hoffe ich habe es jetzt geklärt und ich werde gerade, ich versuche gerade mal was aus und das hier sind genau 20, wie heißt es nochmal, Wächter. Und wir machen jetzt 20 Wächter gegen ein Wither. Und hopp. Und noch einen Scream Shot. Das macht überhaupt keinen Schaden. Das macht es mir selbst, ja, oh, lang. Dann machst du mal kurz alles vor. Dann muss ich wohl einen anderen Mob nehmen. Dann lass mal 20 anderen Mans nehmen, die haben ja versucht anzugreifen. Dann haben wir nur nicht erreicht, ah, ich glaube, diesmal kein Schaden. Oh, ich hab die Vorsicht. Ich helfe nochmal, das ist ja langweilig viel. Was für langweiler. Was für langweiler, bitte. Ich glaub schon immer, der heißt mir nochmal Wächter gehasst. Wann schon immer schlimm. Blipp. Ding. Jetzt bist du dran. Und Special Pfeile brauchen wir hier noch nicht mal. Das ist einfach. Oh, tschüss. Mein Mann könnte auch diese Pfeife durchschlagen, irgendwie. Okay, dann mach ich bereits mal kurz alles vor mit den 20 Endermans. Bis gleich. So, okay, bin wieder da. Jetzt mach ich noch kurz den Wreder. Und jetzt fertig. 20 Endermans. Oh, die sind schon mal weitergekommen. Aber, ne. Wirklich, beide kommen sie jetzt auch wieder nicht. Oh, da bist du wie alle. Fühlt mich halt praktisch in den Titeln. Hab ich gerade gesagt? Egal. Oh, Volltreffer. Dann werde ich zum Schluss gegen ihn kämpfen und ihn besiegen. Wenn das hier unbedingt sein muss. Anscheinend gibt's hier keinen anderen würdigen Gegner. Ich probel, nutze erstmal die Vergiftungspfeile. Okay, er ist voll. Ich hab Pfeile. Die pack ich mal zur Sicherheit hier hin. Dann lass uns stecken. Oh, ich konnte ihn nur mit Au Pair für besiegen. Jetzt hat ihn weg. Die hab ich einfach nur mal zur... Man weiß ja nie, wofür man sie braucht. Okay. 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 der Kampf ist wohl eher schlecht stärke pustel ich gehe es noch aber gerade mal ein paar Pfeile verbraucht okay ich lasse doch mal zu sich das bisher hier laufen falls ihr meint du seid euch aber ich könnte jetzt die ganze Zeit Goldeufel fressen bringt jetzt nichts okay T-slash so hier nochmal naja wieso das kein stärker push in Level 2 ist es ist einfach wie heißt nochmal chillter so aber der hält auch 8 Minuten das heißt ich habe hier 8 Minuten lang Stärke das ist viel besser als nur für 30 Sekunden Stärke 2 ich mache zwar richtig viel Damage aber das ist viel besser für längere Kämpfe was könnte ich denn was könnte ich gegen den Wiser ausspielen Enderdrache habe ich versucht Enderdrache macht keinen Schaden falls ihr das jetzt macht schaffe Dorfbewohner zum Beispiel Warte hier gibt es noch neue Hexen Dinner 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 Ich platziere sie alle und dann also ich platziere von denen mehrere dann bis gleich jetzt gehts habe ich alles vorbereitet Dinner ich mach mal Dinner gegen den gegen die aber anscheinend sind diese Plageteile weggegangen dann mach ich mal mehr Dinner das war ah die doch nicht ach egal die machen sich fertig okay diese Plage gehen einfach weg warte ich hab zwei platzieren drei vier fünf sechs ok hier sind neue eh auf Timolia sind mehr Leute als auf Komme ok na komm geist an worauf wartet ihr hey wie machst du das das die Monster sich gegenseitig an greifen was wie machst du das das die Monster sich gegenseitig an greifen ich lasse den Bruder einfach gegen paar andere kämpfen hier in Minecraft normal oh er ist in Hard Mode das sind die ersten Geschaffte haben die es in Hard Mode selbst die ich hab mal die Versuch gegen die Golems die Golems haben es auch nicht geschafft den in den Hard Mode zu kriegen na gut dass man fünf würde aber und sie haben es geschafft 20 von diesen Teilen haben es geschafft 20 von was ihr habt es gesehen 20 von diesen Dinner kriegen selbst ein Witherdown leider sind nur 1 2 3 4 5 übrig von 4 3 2 3 3 3 3 3 okay ich hab ich glaube ich ein bisschen ver jetzt aber oh mein Gott wie kann man nur so ein Brustwärmer sein wie kann man nur so schlecht wie Max der ist schlimmer als du und das geht fast gar nicht bei mir das heißt wirklich was ne Timola bin ich Bootswärmer soll ich noch hinten dran eine Timolia Runde hoch machen wie wir gegen mit dem Wither kämpfen ach komm die hängt noch drauf da muss ich dir was erzählen bitte kurz bevor Slack übrigens grad übelst geil äh da muss ich den Runde erzählen und zwar hab ich okay geil ich darf den Gegner nicht schicken und jetzt sieht's aus jetzt zu checken ich hab halt mit deinem Kit gespielt weil ich dachte okay geiles okay jetzt kannst du eine Geschichte erzählen jetzt mache ich ich mach einfach mal Tatooine mach ich an und dann noch diese warte wie heißt die weißt du wie diese ähm äh die äh Dings Arena ist ja es ist wahrscheinlich Tatooine okay ich versuche einfach mal Tatooine ok deswegen mach ich kurz 2v2 und eigentlich weißt du was passiert ist ich hab halt gegen auch einen ziemlichen Bootswärmer gespielt dann hab ich ein Dings halt äh so ein Wither gebaut bis auf den letzten und dann ist er zu mir gekommen hab den Wither aktiviert hab ihn dann wieder zurück gespammt hab dann ne Wall gebaut und dann hat der Wither den die ganze Zeit angegriffen dann hat er äh hat er den ignoriert erst ähm dann hab ich ihn halt die ganze Zeit angegriffen und das habe ich dann irgendwie dreimal hintereinander geschafft was ich gerade erzählt hab und später hat ihm als mal hatte mein Helm noch 80 Prozent und seiner war dann kaputt als seine gesamte Rüste kaputt war hatte mein Helm noch 70 Prozent und ähm so alles noch 80 meine Schuhe 75 das war übelst wies aber dann hatte ich noch ein Sauschen kaputt und ich bin oben ach so ähm hast du ein bisschen ne Warteschlange drin? ja klar okay das lass ich mir alles drin ja war auch eine spannende Geschichte oh Gott wie viele sind drin? ähm zwei okay bis gleich das werde ich alles raus cutten bis gleich ah ja hi Leute wir sind endlich in einem Kampf das hier ist mein Kid oh my shit falscher Manny ich mach mal ein paar Wither ja ich denk's ja nein es ist halt ja ich denk's ja wir sind noch dahin ja ich denk's ja wir sind noch dahin ich bin schön grad bei Wither oh er rastet oh er ballert er ballert jetzt wir haben drei Wither's gemacht ich späne Wither guck doch mal zu mir guck mal hinter uns Hilfe Hilfe du bist du doof? ha guck mal da hin guck mal da hinten hin da weißt du was ein paar Wither sind Hilfe Hilfe du bist okay Hilfe du bist okay Hilfe du bist okay ich verende seine Wither Hilfe Hilfe ich hab noch keinen äh der andere ist irgendwie weg wir können ihn anschreifen oh Gott wir müssen ihn da hinlocken da wo die sind okay viele private Pompiloft sind da hinten ist der nicht hinter achso der ist nicht wo ist eigentlich der andere blieb keine Ahnung solange er alleine ist ich glaub der könnte sogar geläftet sein ich glaub der ist da hinten bei deinem nein der ist da hinten ah ne der ist da oben lass die beide da hinschießen oh scheiße der reinkloss oh Gott ja ja der ist auf der anderen Seite ja ich schieße weiterhin ich kann mal ja sie schießen auf ihn sie schießen auf ihn wir müssen den hier töten endlich ist du das das ist gehe mal zu dem anderen der kann sich abholen nein das sind ja ach ne du bist gerade richtig massakriert der andere wahrscheinlich und Alter wir haben gerade über zum Beispiel ach ja und das ist die falsche Map ich weiß hab ich doch am Anfang gesagt das hab ich nicht gehört du bist halt so leise das das ist doch egal solange wir auf ihn aufschlagen ist doch alles okay ach da hinter dir ach da aber das ist ich würde auch passen hinter dir ja ne alles okay der Oberloch baut sich schon weg ey ich hab ihn genau in den USA reingeschlagen den 2 der wird von 2 an ich werde auch mal sagen das nicht meine Gegner wird von Nein. Hallo. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Der Czech nicht, hat einen hat den Seck. Der andere checkt auch nichts. Er weiß nicht, dass das Schwert stärker ist als die Spitzsacke. der hat mich mit der Spitzhacke geschlagen Oh, danke, Widder. Ja, ich dazu nur. Ich muss ja gleich auch was sehen. Erstwort, Widder. Weißt du, was ich wollte? Ich warnt damit der ihn angreift. Der sieht mich nicht, der sieht nur den Gegner. Er hat fünf Widder gemacht. Aber nur er wird angeguckt. Ich nicht. Oh. Fuck, er hat mich gemüßt. Er greift den Hosen an. Ich helfe dem Hosen. Oh, Slack. Das fängt an so Slack gleich. Die seine Rüstung ist kaputt. Die hat nur noch eine Prustplatte. Meiner hat nur noch eine Prustplatte. Meiner nicht. Oh, ich seh's. Der hat keine Rüstung mehr. Ich seh's. Schnell auf ihn. Der wird von den Hosen gefilmt. Der wird von den Hosen gefilmt. Der wird von den Hosen gefilmt. Ich auch. Pass auf, Alter. Der wird sein Match. Der wird nicht von... What the hell? Ich hab's gesehen. Das ist so geil. Surprise Bitch. Hab ihn, hab ihn. Oh Gott, ja. Friss den Damage. Friss den Damage. Bau dich noch ein. Am besten noch. Ich hab seine Tränke bekommen. Oh, gut. Und seine Rüstung. Seine Rüstung. Seine Rüstung. Hat er sie ausgezogen? Nein. Der droppt die doch. Ich hab's ja rüstiert. Ja, aber... Der hat sie doch vorhin noch nicht mehr gehabt. Hä? Ja, der hat sie ausgezogen. Stimmt. Ich bin dumm. Ja, der hat sie ausgezogen. Ja, der hat sie ausgezogen. Ich leg ihn ab. Was? Ich leg ihn ab. Ich boh' einen Rüther. Okay, dann mach ich's. Was? Ich muss den. Ich bin gar nicht. Okay, ich muss woanders hingehen. Ich will dich hochbauen. Die nerven die gerade mich. Die sind ja überall Rüther. Ich geh ein bisschen drauf. Ich hab ja zwei Rüther. Ja, geh die drauf. Ich kümmere mich jetzt um ein paar Rüther. Äh, ich hab noch Rüther. Wo ist der? So viele hier ist man nicht zählt, egal wo man ist. Ich jetzt weiß es nicht mehr, aber ich hab gar nicht gehört. Alter, wusste er. Was? Was? Der hat sich im Beruf gebaut. Nein, ich seh ihn. Der ist da unten drauf. Wo? 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 Das ist gut. Ich muss ihn gleich hier, also später erst hier herlaufen, damit sie hier noch ein paar mehr holen. Wir sind ja gleich später noch ein paar mehr Widder. Oh! Auch Locki noch nicht hierher. Okay. Ich muss hier ein bisschen Platz schaffen. Jetzt mal hier. Ein bisschen Wunsch. Oh, wir schießen mit dem Wunsch. Oh, wir schießen mit dem Wunsch. Das ist unser. Er schafft alles. Er hat aufgegeben. Oh, ne, warte, warte. Kann ich wenigstens noch die Bilder hierzeit bauen? Ah, ne, er schafft uns doch herz aufgegeben. Ne, der wird von den Hohen nicht gelegt. Darf ich jetzt drücken? Nein. Komm, komm, komm. Komm. Warte, ich platzier noch die. Oh, ja, Mann. Oh, Mann. Er kommt nicht mehr. Er kommt nicht mehr. Ach, ich hab hier. Ich geh einfach irgendwie weg oder sowas. Nein, das ist nicht mehr. Ja, dann helfen wir mal. Die ganzen Blüter schießen mich hier ab. Er ist hier unten. Oh, er ist froh. Mann. Ich hab hier nicht gekillt. Egal. Okay, dann kommt der nächste Kampf. Bis gleich. Ey, von der Battles-Runde noch mal. Oder nee, warte. Ich glaub, ich mach nicht noch einen Kampf. Das war's dann für die Runde. Ich glaub, ich nehm später... Also, ich nehm gleich noch mit dir auf die... Nee, die... Mach ich irgendwann später online. Also, dann... Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.